Wenn die tollen Tanten kommen. Ich bin kein Casanova, doch will mir keiner glauben, dass alle nach mir schauen. Mein Lieber! Ich halte mal nie! Das glaub ich nicht, dass hier ein anständiges Hotel ist. Warum? Weil Sie hier der Portier sind. Die liebe Frau, die liebe Frau in der Band ist schnell! Das ist Chris Roberts. Du bist nicht mit Gott zu bezahlen, der dich sieht, der weiß es genau. Grüezi wohl am Börthersee! Nützt doch alles nichts. Das ist ein verkleideter Mann! Was fällt Ihnen denn ein? Das werden wir gleich haben! Die zwei Vögel holen wir uns! Wenn die tollen Tanten kommen! Das wird Expansionet von Eugilf. Zum Eten. Zum Eten. Das war ja viel Besonderes. Das war ja viel Besonderes für das Ziel der ganzen Sand. Das war ja auch viel Besonderes.